Ja, einen gesegneten guten Morgen, liebe Mitpiraten und Piratinnen, wenn ihr das seht, ist Sonntag und wenn alle pünktlich sind, sogar 10 Uhr, es ist die Landesmitgliederversammlung und dazu möchte ich euch allen ganz herzlich willkommen heißen. Ich habe dieses Privileg nicht, mit euch dabei sein zu können und dass ich nicht mit dabei sein kann und dass ich damit nicht mit euch zusammen gemeinsam abstimmen, gemeinsam gestalten kann, zeigt eigentlich genau, wie wichtig unsere große Mission, die Live-Schaltung der SMV ist. Weil wir wollen alle immer überall eigentlich unsere Gestaltungshoheit und unser Gewicht der Stimme auch mit einbringen können. Wir wollen Teilhabe und wir wollen auch demokratische Teilhabe und dass ich nicht zeitlich am Sonntag in Berlin sein kann, entzieht mich diesem Recht, was im Endeffekt völlig ungerecht ist. Aber ihr habt jetzt die Möglichkeit mit der Wahl der SMV-Versammlungsleitung dieses System live zu schalten und dann können alle immer überall zeitunabhängig, ortsunabhängig mitgestalten. Darum macht Papa stolz und macht einen gesittelten Parteitag. Ich bin mir sicher, so bunt wie unser Haufen ist, werden wir wieder mannigfaltige Meinungen hören. Das ist auch das Schöne an dieser Pluralität und werden am Ende aber dann Entschlüsse haben, die von allen gemeinsam getragen werden. Hier auf so einem Flughafen, genau, wenn man an meinen Augenwegen sieht man, Donnerstagmorgen, es ist ziemlich früh, gibt es sozusagen auch viele Aspekte unseres Parteiprogramms. Das ist unser Programm, was uns ausmacht und daran könnt ihr mitgestalten. Es geht zum Beispiel um Grenzenlosigkeit. Wir wollen Europa grenzenlos. Ich muss mich hier ausweisen. Ich muss gerade einen abstrusen Sicherheitscheck-in machen und ihr kennt das, nur wenn man irgendwie drei Notebooks mit dabei hat für einen Sechstage-Trip ist man schon verdächtig. Das wollen wir nicht. Und es liegt jetzt an euch, weiter den Kurs zu setzen für die SMV, damit wir zusammen dann unser Programm noch weiter feilen können. Und viel Erfolg und ich sage einfach mal, winke, winke und kämpfen für den Weltfrieden. Ciao.